Die Headlines des Tages, das TV-Duell des Jahres, slowakischer Präsident bei Van der Bellen und Unwetter werde erwartet. In dem TV-Duell des Jahres sind Kamala Harris und Donald Trump am Dienstag zum ersten Mal persönlich aufeinander getroffen. In einer aggressiv geführten Debatte am Dienstag haben die beiden US-Präsidentschaftskandidaten ihre Pläne für eine Amtszeit vorgestellt und sich gegenseitig angegriffen. Bei den Top-Themen des Wahlkampfs wie Wirtschafts- und Migrationspolitik, Abtreibung und Außenpolitik haben die beiden sich nichts geschenkt. Während Harris versuchte, eine hoffnungsvolle Botschaft von einem wiedergeeinten Land zu verbreiten, entwarf Trump das Bild vom Niedergang der USA und einem gescheiterten Staat. Der Republikaner warf der demokratischen Vizepräsidentin einmal mehr vor, eine Marxistin zu sein und keinen Plan zu haben. Harris warf Trump wiederum vor, in seiner Zeit als Präsident das Land in die schlimmste Arbeitslosigkeit gestürzt zu haben seit der großen Progression. Beim Thema Abtreibung warf Harris Trump wiederum vor, Lügen zu verbreiten. In der Außenpolitik bezeichnete sie ihn als internationale Lachnummer. Trump weigerte sich im Verlauf des Duells erneut, seine Wahlniederlage im Jahr 2020 anzuerkennen. Im Anschluss an die Debatte, die er als seine bisher beste rühmte, versuchte er einige seiner Aussagen zu relativieren. Ich hasse es so negativ, über unser Land zu sprechen, aber so ist es nun einmal. Sie haben unser Land ruiniert. Kamala Harris hat hinterher angekündigt, sich einer zweiten TV-Debatte zu stellen. Für eine Überraschung sorgte US-Popstar Taylor Swift wenige Minuten nach Ende des Duells. Sie erklärte auf Instagram, sie werde bei der Wahl am 5. November Harris ihre Stimme geben. Bundespräsident Alexander van der Bellen hat am Dienstag den slowakischen Präsidenten Peter Pellegrini in Wien empfangen. Die beiden haben die möglichen Sanktionen der EU-Kommission wegen den Rückschritten der Rechtsstaatlichkeit in der Slowakei thematisiert. Ich glaube, dass beide Seiten bemüht sein werden, die Verhältnisse nicht so schleifen zu lassen, dass zum Schluss eine offene Auseinandersetzung wie zwischen Budapest und Brüssel dann herauskommt. Es liegt sicher im beiderseitigen Interesse und ich bin vorläufig vorsichtig optimistisch, dass es so sein wird. Es ist ja noch kein Verfahren, sondern ein Bericht über das Gerücht, das ist vielleicht und so weiter und so weiter. Beide Staatsmänner haben die nachbarliche Freundschaft und Zusammenarbeit beider Länder in ihrem Gespräch betont. Laut Prognosen der Unwetterwarnzentrale werden ab Donnerstag schwere Regenfälle in Österreich erwartet. Aus heutiger Sicht sollen in den nächsten vier Tagen zwischen 150 bis 200 Liter Regen pro Quadratmeter fallen. Die größten Mengen werden in den östlichen Nordalpen erwartet. Vom Karwendel über das Salzkammergut bis zum Wienerwald. Am schwersten soll es die Gegend um Maria Zell treffen. Hier können sogar bis zu 250 Liter Regen pro Quadratmeter möglich sein. Es wird auch gerechnet, dass die Schneefallgrenze auf 800 Meter sinken wird. Von Freitag bis Sonntag werden im östlichen Flachland zusätzlich Sturmböen mit bis zu 100 Stundenkilometern erwartet. Etliche Veranstaltungen wie der Stadtlauer-Kirtag wurden für das kommende Wochenende vorausschauend abgesagt. Denn es wird in den nächsten vier Tagen doppelt so viel Niederschlag geben, wie sonst in einem Monat üblich ist. Weitere News gibt es 24 Stunden auf kurier.at Untertitelung des ZDF für funk, 2017